Wann wird die Rente im Monat Januar 2024 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich werde die gute Tradition, die wir im Jahr 2023 begonnen haben, dass wir monatlich über die Rentenzahltermine berichten, auch im Jahr 2024 fortsetzen. Unsere Videos und auch die Zugriffe hierauf haben ja gezeigt, dass sie daran großes Interesse haben, wann ihnen ihre Rente im jeweiligen Monat ausgezahlt wird. Ja, schauen wir uns das einfach mal an, was der Monat Januar 2024 so zu bieten hat, ganz kurz. Und zwar ist der letzte Bankarbeitstag der 31.1., das ist ein Mittwoch. Ich habe fälschlicherweise in einem Video zu den 15 wichtigsten Änderungen ab Januar 2024, welches ich kürzlich veröffentlicht habe, dort leider gesagt, dass das der Donnerstag sei. Nein, der Donnerstag ist der 1. Februar und der letzte Bankarbeitstag ist aber der Mittwoch, der 31. Januar 2024. Warum sage ich das ganz einfach? Weil dieser Bankarbeitstag der Zahlungstermin für die Rente im Monat Januar 2024 ist. Der 31. Januar 2024 ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Januar. Das ist der Mittwoch. Das Rentengeld wird an diesem Tag entweder vorschüssig für die Februarrente, so ist es im § 272a SGB VI geregelt oder nachschüssig für die Januarrente 2024, so ist es im § 118 SGB VI geregelt gezahlt. Die vorschüssige Rente wird für die Rentnerinnen und Rentner gezahlt, deren Rente vor dem 1.04.2004 begonnen hat, deren Rente nach dem 1.04.2004 begonnen hat. Die bekommen das Geld immer nachschüssig, das heißt also nachschüssig am 31. Januar für den laufenden Monat Januar, vorschüssig für die nächste Rente, also für die Februarrente 2024. Also meine Damen und Herren, Sie können sich alle freuen, am 31. Januar 2024 gibt es für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland wieder eine monatliche Rente ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne, rentenstarke Woche. Freuen Sie sich bitte auf Ihren Blick in Ihr Bankkonto, denn die Rentenkohle kommt bald. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.